Als nächstes wollen wir darauf eingehen, wie wir uns im Spielaufbau verhalten, wenn der Gegner sich zurückzieht, das heißt eben nicht vorne attackiert. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass der Gegner eben 1-0 führt, relativ kurz vor Schluss, dann wird er sich nach hinten zurückziehen. Das heißt, der Gegner lässt uns erstmal spielen und zieht sich hier zurück, mit dem Fokus natürlich in einer Hälfte des Spielfeld enger zu gestalten. Wenn der Gegner sich so stellt, dann müssen wir eben schauen, dass wir die Spitze wieder ganz weit nach vorne ziehen, vielleicht sogar vor dem Torwart, um den Passweg eigentlich oder den Schuss einen zum Beispiel zu verdecken oder überraschend durchzulassen. Der Läufer sollte auch sich relativ weit nach vorne orientieren, sodass wir hier wieder mehr Raum gestalten. Wenn wir so stehen, wird es relativ eng, wenn wir so stehen, wird es eben relativ breites Spiel. Damit zwingen wir den Gegner noch weiter nach hinten zu rutschen. Jetzt ist es ganz entscheidend, dass wir unsere Überzahl eben nach vorne bringen. Das heißt, wir eröffnen das Spiel ganz normal und versuchen uns durch Passspiel, durch kontrolliertes Passspiel eben in diese Situation hier zu bringen. Jetzt gilt es, durch schnelles Passspiel, durch immer wieder das Verlagern und durch Passantäuschung, das werden wir auch gleich sehen, versuchen eben diese Überzahl im 3 gegen 2 gegen diese zwei Burschen eben hier zu lösen, dass wir hier irgendwie so nach vorne reinkommen und dann wird die Lösung nach vorne natürlich viel einfacher. Jetzt müssen wir eben gucken, dass wir hier der Stürmer sofort nach außen kommt, hier wegrutscht. Ich kann hier das Zentrum angreifen, wird sich der Gegner wieder so formieren und jetzt kann ich die Überzahl wieder entweder über den Querpass-Querpass oder eben über den Pass und den Torabschluss oder über einen Doppelpass lösen. So, hier ist natürlich gefragt, dass wir unsere Spieler auch darauf schulen, nicht immer dorthin zu gucken, wo ich auch wirklich spiele. Wenn ich diese Überzahl, ich möchte hier für diesen Spieler oder für diesen Spieler einen Vorsprung generieren. Wenn ich hier hinschaue und ihn hinspiele, wird der Spieler schon damit rechnen, dass der Ball hier rauskommt. Dann wird der Spieler schon auf dem Weg hier rüber sein. Damit wird der Vorsprung, den ich bekomme, relativ gering sein. Das heißt, was wir unseren Torhüter eben beibringen müssen, ist, dass er vielleicht auch mal in die Spitze guckt, einen Pass in die Spitze antäuscht. Damit werden die Spieler eher nach innen einrutschen, um diesen Passweg auch zu verhindern, um auch zu helfen und dann überraschend den Ball hinauszuspielen. Dann können wir einen größeren Vorsprung erreichen und damit auch mehr Druck auf das gegnerische Tor. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn der Gegner eben sehr gut verteidigt und hier auch vielleicht ein bisschen breiter steht und hier innen die Passwege auch zustellt, dann ist es wichtig, dass der Torwart einen Gegenspieler auch attackiert. Das heißt, wenn der Gegenspieler höher steht, darf er das natürlich, weil der Torwart darf in der Halle meistens nicht über die Mittellinie drüber. Wenn der Spieler hoch genug steht, dann kann ich mal einen Spieler hier attackieren, um dann entweder das Dreieck wieder über einen entgegenkommenden Läufer zu lösen oder hier den Ball knapp an ihm vorbeizuspielen, was natürlich ein Risiko birgt, um hier wieder eine Überzahl zu schaffen. Dann natürlich auch ganz wichtig, der andere muss einschieben, der Torwart muss zurück und wir spielen dann wieder die drei gegen zwei Überzahl aus.